Einen Termin verabreden. Welche Zeit wäre für Sie in Ordnung? Wie wäre es um 8? Wie wäre es um 8? Um 7.30 Uhr Um 7.30 Uhr Um halb 8 Um halb 8 Gegen 6 Gegen 6 Was würde Ihnen am besten passen? Was würde Ihnen am besten passen? Egal welcher Zeit Egal welcher Tag Egal welcher Abend Egal welcher Abend Ich bin flexibel Entscheiden Sie Mir ist es gleich Mir ist es egal Mir ist es egal Wann immer es Ihnen passt Wann immer es Ihnen passt Wie du pils Tut mir leid Das schaffe ich leider nicht Tut mir leid Das schaffe ich leider nicht Ginge eine Viertelstunde früher Ginge eine Viertelstunde früher Ginge eine Viertelstunde später Ginge eine Viertelstunde später Ginge sieben Uhr Funzen statt sieben Uhr Ginge sieben Uhr Funzen statt sieben Uhr Mir wäre es etwas später lieber Mir wäre es etwas später lieber Soll ich sie abholen Soll ich sie abholen Soll ich sie abholen Wo schlagen Sie vor Dass wir uns treffen Wo schlagen Sie vor Dass wir uns treffen Gut dann also am Sonntag Um 8 Uhr Funzen vor dem Bahnhof Gut dann also am Sonntag Um Viertel nach A Vor dem Bahnhof Und das Kurs zu bestätigen 19 Uhr bei Ihrem Hotel Und das Kurs zu bestätigen 19 Uhr bei Ihrem Hotel Wenn es irgendwelche Probleme gibt Wenn es irgendwelche Probleme gibt Ich schicke dir eine SMS Ich schicke dir eine SMS Rufen Sie einfach an Rufen Sie einfach an Geben Sie mir Ihre Nummer Für alle Fälle Geben Sie mir Ihre Telefonnummer Für alle Fälle Das klingt sehr gut Das klingt sehr gut Super Ich freue mich darauf Super Ich freue mich darauf Ich freue mich darauf Ich freue mich darauf